So, das wird dann der Zwischenraum, dann muss ich nochmal eine Reihe weg machen und dann kommt die Wand. Minecraft Vol. Alpha 18 Sweden Ah. Oh. Na ja, da werden wir wieder ein kleines Loch haben. Na ja. So, und hier brauche ich aber nur den hier und den hier. Genau, der Rest kann bleiben. So, dann. Oh, das ist das Ende von der Wüste. Ganz knapp, Leute. Dann hier auch nochmal. Mal. 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 Und dann kommt auch schon die Mauer rein. Das müsste ein Fuchs gewesen sein, naja, hört sich an als wäre er hier unten. Die LAS Cross 1 Track 24 So, liegen gelassen habe ich glaube ich nichts. Dann kommt jetzt die Mauer und das wird dann auch Mauer, das heißt das brauchen wir nicht. Nur ab hier brauchen wir das. Und dann kommt die Mauer und das wird dann auch Mauer und das wird dann auch Mauer und das wird dann auch Mauer. Das ist übrigens gerade The Witcher Monster Battle. Und dann kommt die Mauer und das wird dann auch Mauer und das wird dann auch Mauer und das wird dann auch Mauer. So, das sieht gut aus. Gehen wir Rohstoffe sammeln. Da bin ich auch ziemlich voll. Gehen wir mal Zeug ablegen und dann sammeln wir hier noch Eisen, Kohle und so weiter. Das ist die falsche Truhe. Wobei ich hier gleich mal einen Stapel da reinpacken könnte. Super. Okay, fangen wir an mit Eisen. Das war's schon. Dann die Kohle. Da haben wir noch mal Eisen. Und das war's hier. Mehr Rohstoffe sind nicht hervorgekommen. Na dann. Mist. So. Machen wir gleich. Ja, machen wir gleich. So, schon wieder The Witcher, Leute. The Dyke. Okay. So. Okay. So, dann brauche ich wieder Stein. Einmal den und einmal den. Und den mache ich mir auch gleich mal. So, dann brauche ich mir auch gleich mal. So, damit haben wir das alles. Dann können wir jetzt hier zumachen. So, dann brauche ich mir auch gleich mal. Und dann suchen wir mal das Loch dort oben. Da ist noch was. Und hier auch. So, müsste irgendwo hier. Hier ist es. Gehen wir da runter. Und schon fertig. So, gehen wir wieder nach unten. Der Sand kann wieder weg. Die beiden können auch weg. Und dann heißt es jetzt graben wieder. Und da werden wir wieder zumachen müssen dann. Dann wird offenbar gerade wieder Tag. So. 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 Eins ist übrig geblieben tatsächlich, das gefällt mir. Müssen wir dann alles wieder auffüllen. Ah, interessant. Da ist ja jemand oben. Eventuell holen wir ihn sogar hier runter, Leute. Naja, mal sehen. Und mal sehen, was er für Angebote hat. Und ob ich mir die überhaupt noch leisten kann. Ich habe mir schon länger keine Smaragde mehr geholt, glaube ich. Hier scheinen wir wieder Glück zu haben. Ja, ich glaube, jetzt ist es vorbei. Hier kommt kein Sand mehr. Da war wohl eine Fackel oben drauf. Uah! Habe ich irgendwie übersehen. Schon wieder The Witcher, Leute. Flashback Non-Humans. Ich habe keine Erde dabei. Müssen sich also erst wieder Platz machen. Dann machen wir Platz. So, Leute. Aus der YouTube Audio Bibliothek. Modus Operandi M.O. Von Wes Hutchinson. So, die hatte ich auch noch nicht gemacht. Die machen wir noch. Der hier muss noch. Mal sehen, ob er jetzt herunterfällt. So, ich habe noch nicht gehört. Da vorne steht der Leute. Ob es ihn jetzt erwischt? Knapp noch nicht. Aber jetzt. Zierlauch? Nein. Grauer Hauptstoff? Nein. Mond? Nein. Farn? Nein. Zuckerrohr? Nein. Kugelfisch einmal könnte man nehmen, aber eher nein. Ich habe nicht gemerkt, dass ich hier ein Loch reingemacht habe. Ah. Wie komme ich hier wieder raus? Steht zwar Ausgang. Ah. Mist, das ist der Ausgang, den ich zugebaut habe, glaube ich. Ja, ich habe ihn zugebaut. Oder ist hier der Ausgang? Ja, genau. Ich glaube, ich hatte ursprünglich hier einen Eingang. Und dann wollte ich da aber die Gehege bauen. Deswegen habe ich ihn zugebaut, den Eingang. Und habe einen neuen hingemacht. Wenn ich schon mal wieder hier oben bin, sehen wir mal, was es hier so alles zum Sammeln gibt. Und wenn ich schon mal wieder hier bin, können wir auch gleich wieder Zeug ablegen. So, die despawnen eh bei Bedarf. Oder nach einiger Zeit. Natürlich ist da jetzt einer runtergefallen. Was sonst? Das ist ein Jahrhund. Das ist das, was ich jetzt hier haben. Vielen Dank.